Ja, hallo, ich bin Spieler aus GameStart und heute mit einem neuen Video und zwar, wir sind zurück zu Roblox, zusammen mit Steely. Oh, ich bin ein Noob, ich bin ein Speck. Leute, und zwar heute sind wir hier wirklich Noobs, Alter. Guck mal, ich lache hier so. Was ist denn das für ein Krankheitsspieler? Bro, Leute, nämlich das ist der Noob-Simulator und man muss sich hier halt von einem kleinen, dünnen Noob, so wie wir es sind, hocharbeiten zu einem starken Stil. Ah, nein, 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 hör auf. Stanni, bloß nicht den berühren, weil ich sag dir ganz ehrlich, er vermöbelt dich sofort. Oh, 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 Stanni, Stanni, oh. Okay, Alter. Das ist ein anderer Charakter, Alter, er ist ja richtig OP. Ey, so können wir später auch werden, so OP, ne? Ja, guck mal, er hat sogar Waffen und so. Ey, okay, Leute, aber wir müssen jetzt erstmal die kleinen Noobs killen. Lass uns hier erstmal die tübliche Belohnung abholen, komm. Und hier gibt es auch Upgrades und so, ne? Warte mal, wo denn? Achso, doch, hier, kaufe Upgrades. Jetzt hier steht er, lol. Was gibt es da für Upgrades? Mal gucken, ich darf jetzt hier ein paar Münzen bekommen. Ja, was haben wir hier? Wir können Gewichte kaufen. Lol, für null. Oha, das habe ich jetzt schon. Ich habe jetzt mal die Gewichte, ich kaufe jetzt hier einfach mal Gewichte, Bro. Ich auch, ich auch. Oha. Einfach mal hier ein bisschen, zack, einfach mal ein bisschen durchkaufen. Ich habe jetzt schon, oh mein Gott, ich habe jetzt schon Gewicht Nummer drei. Aber was können wir jetzt mit den Gewichten machen, Bro? Das ist die Frage, ich gucke mal gerade, wo sind denn jetzt meine Gewichte hier? Ich glaube, da sind wir jetzt einfach stärker, oder? Sagst du? Ja doch, es könnte vielleicht echt sein, dass wir jetzt mehr Schaden machen. Ja, ja, wir machen jetzt mehr Schaden. Und deswegen, Leute, ihr müsst mich sehen. Können wir das mal testen? Wir müssen, ja, ja, wir müssen jetzt hier diese Noobs killen. Und wenn wir jetzt diese Noobs killen stehlen, dann werden wir immer stärker und kriegen immer mehr Muskeln. So, warte mal. Zeig mal. Oha. Oh mein Gott. Ja, ja. Du hast ja verbesiegt. Du hast mega bacon wütend gemacht. Hä? Ach so, da hinten meinst du, warte, 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 ich muss mal kurz gucken. Das muss ich auch nochmal anschauen. Einer seiner Hand lang wartet auf dich im Vulkan, Bro. Nein, Stadio, warum machst du das jetzt hier? Warte, ey, ich muss dir das mal auch kurz mal die Manieren beibringen. Let's go. Bro, das ist gar nicht gut, Bro. Oh, ich sehe jetzt gerade, der hat ja ein rotes Gesicht. Er ist richtig sauer. Ja, ja. Und zwar wie sein Sohn hier vermöbelt haben. Ja, aber sein Sohn vermöbelt, Leute. Ey, ich sage dir ganz ehrlich, ich vermöbel jetzt hier noch mehr. Ey, Stadio, der kann jetzt gleich auf uns springen, ne? Ich sage dir ganz ehrlich. So. Der wird uns direkt holen hier. Ich hau dir jetzt erstmal alle, wir müssen jetzt erstmal umhauen. Und theoretisch müssten wir doch denn irgendwann nächstes Level kommen. Also mehr Muskeln bekommen, wenn wir die hier links, rechts, äh, Backpfeife geben. Boom, Leute, hier, Backpfeife. Oh mein Gott. Hier an der Seite sehen wir nämlich auch die Stärke. Und wenn wir nämlich im nächsten Level sind, können wir da vorne durchs Tor gehen. Boah, ey, Leute. Ein Typen diesen wirst ich gerne mal angreifen, aber der ist einfach zu stark, der Typ. Hier, hier, oder? Ich sage es nicht ganz ehrlich. Also vor dem muss ich auf jeden Fall weggehen. Hier sind auch irgendwo Münzen, ne? Du musst aber mal gucken, hier sind auch manchmal ein paar Münzen am Start. Ich weiß noch nicht, was man... Ach so, doch, die Münzen waren ja, glaube ich... Ja, die Münzen können wir für die Upgrades holen, dann werden wir stärker. Wow, Steely! Was hast du gemacht? Nein, nein, nein. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Wo bist du, Stadi? Bro, warte, ich komme zu dir, ich komme zu dir. Guck mal, wie ich das auch sehe. Ich bin gerade hier bei diesem Wasserbrunnen. Nein, ach, du hast dich... Ja, 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 ich habe mich schon weiterentwickelt. Warte, 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 was passiert? Du hast dich entwickelt? Ja. Hör auf, Stadi, wir waren doch gerade beide Noobs und jetzt... Ja, ich bin jetzt schon, äh, viereckig. Ich bin jetzt schon viereck geworden. Wo bist du, du? Ich steh dich nicht. Du musst halt die Typen gut auseinandernehmen. Warte, ich komme zu dir, ich bin hier vorne, direkt da, wo es zum nächsten Level geht hier. Ach so, da vorne, warte, ich renne da hin. Ich steh dich, glaube ich, da hin. Warte, bist du das? Ey, vermöbelst du den gerade? Ey, du bist ja noch voll der Lau, guck mal. Ey, Mann, Stadi hat sich ja verändert hier, Mann. Oh, guck dir mal den Typ, Mann. Boah, ey. Was hat denn der da bitte für ein Trizeps? Ey, ich sage dir ganz ehrlich, Leute, so stark werden wir aufwärmen. Wir werden eh die Stärksten. Wir müssen aber erstmal hier die kleinen Powerberger noch verprügeln. Ey, das ist meiner hier. Ey, du bist zu langsam. Ey, du kommst ja gar nicht hinterher, Stil. Mann, Mann, mach jetzt kein Auge. Ich bin doch jetzt gerade hier. Was hast du, wie viel Stärke hast du überhaupt eigentlich? Ja, ich habe gleich 25 Stärke. Oha, lol. Okay, ich habe jetzt 10. Oh, Stadi, hier, neben dir hinter dir. Go. Oh. Hä? Die hätte immer hier im Partner noch. Wir sind jetzt einfach hier, diese Bubis, Leute. Ich habe jetzt 25 Stärke. Das heißt, ich kann schon ins nächste Level gehen. Kannst du jetzt schon durch das Portal, oder wie? Ja, ich kann durchs Portal gehen. Oha. Aber ich würde sagen, bevor wir gleich durchs Portal gehen. Oh, nein. Was denn? Wow, Alter. Wo bist du denn, du Stili? Ich bin hinter dir. Warte, warte, Stani. Ja, das bin ich jetzt hier. Aber warte mal. Ich muss aber zugeben, ich sehe trotzdem breit aus. Ja, du siehst breiter aus, weil du dick bist. Aber guck mal, ich habe viel breitere Arme wie du. Ey, das gibt es auch gar nicht. Was für dick. Ich trainiere gerade relativ gut hier. Ja, du bist viel zu lang, da müssen die Leute hier viel mehr verhauen, Alter. Ja, da bin ich gerade auf dem Weg. Boah, du kriegst hier eine links, rechts auf dem Deckel hier. Bam. Der kriegt noch einen und dann werde ich noch kurz, weil ich werde mir noch gleich noch neue Dings holen, neue Gewichte. Und dann mache ich noch mehr Schaden. Ohohohoho. Oh mein Gott, Alter. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn es so weitergeht, brauchen wir, glaube ich, wieder komplett durch. Boah, hier spawnt einer die ganze Zeit, Leute. Guck mal, kann ich jetzt die ganze Zeit kochen. Komm, kommt hier noch einer? Echt, jetzt spawnt der vor die, weil ich suche auch, ich muss immer hin und her rennen. Ja, ich muss auch hin und her rennen, aber hier vorne sind richtig viele. Boah, ich habe gleich 50 Stärke. Du hast jetzt schon 50 Stärke. Ich habe jetzt 42 Stärke. Was? Alter, seine Waffe droppt einfach mal hier. Oh mein Gott. Okay, warte, warte, warte. Ich hätte nicht gedacht, dass du ihn schon schaffst. Ja, natürlich. Warte mal, ich brauche noch zwei Münzen. Dann kann ich mir jetzt ziemlich... Wow, ich habe auch noch mal eine Weiterentwicklung direkt hier, Leute. Boah, guck mal, wie stark die Mühle aussehen. Ey, ich kann nicht schon direkt zur nächsten Area gehen. Komm mit schnell hier. Ich komm auch. Ich warte auf dich hier. So, neues Upgrade, Leute. Kaufen wir uns direkt auch. Und jetzt bin ich nämlich schon hier. Jetzt mache ich ordentlich damit. Was gibt es hier denn noch, Leute? Ach so, da sind tägliche Belohnungen. Oh mein Gott. Ah, ich kann jetzt auch noch mal hier diese Upgrades. Du hast diesen einen Riesentypen. Ja, diesen einen Riesen. Ich hätte niemals gedacht, weil ich bin eigentlich dreifach so klein. Freunde, guck mal bitte, wie stark wir sind jetzt. Hier, ich haue dir jetzt hier mit zwei Schlägen weg, ne? Boom, boom, links, rechts, Kombination. So, jetzt lass mal in die nächste Welt gehen. Ja, ich sehe dich gerade. Ich bin hinter dir. Ey, denkst du da, die Gegner sind schon stärker? Ja, die müssen schon. Ach komm, wie schon aussehen. Das sieht ja auch schon so aus. Oha. Ja, ja. Ey, das war wahrscheinlich hier so. Vielleicht ist es vielleicht auch noch so ein neuer Boss. Alter, du bist ja, glaube ich, noch ein bisschen breiter als ich und größer, ne? Sag mal. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt 68 Stärke schon. Okay, ich bin bei 52. Pass mal auf hier. Oha. Wow. Oha, guck dir mal die Gegner hier an. Und jetzt geht es weiter. Wir müssen 200 Stärke machen. Oha, Leute, hier, das ist schon ein besserer Noob hier. Oh mein Gott. Wow, die haben voll viel Leben. Die haben richtig viel Leben. Oh, ich habe mich auch entwickelt. Ich habe jetzt 60 Stärke, aber die geben auch sehr viel Stärke. Ja, die bringen, Bro, die bringen schon 8 Stärke, wenn du die killst, ne? Ja, ja, das geht echt näher jetzt hier. Zack, 8 plus 3 Münzen. Ich, ich drehe gerade richtig durch. Oha, wir müssen 200 jetzt machen, dass wir in die nächste Area kommen. Freunde, ich würde mal sagen, Steely, was meinst du? Sollen wir vielleicht mal hier ein bisschen was für Geld kaufen? Sagst du für Robux mal ein bisschen rein schnuppern oder wie? Ein bisschen Robux rein, die Leute, das soll ein bisschen schneller besser werden. Echt? Wir müssen uns hart auf hart ein paar Münzen kaufen. Erzähl. Ja, okay, warte mal. Ich gucke mal gerade auf. Vielleicht wird wir... Oh, du hast recht. Ich kaufe jetzt mal einfach hier 5.000 Münzen, okay? 5.000? Na komm, für 45 Robux auch nicht. Weißt du warum? Nämlich von den 5.000 Münzen, Bro, können wir uns übelst krasse Upgrades kaufen. Ja, wir können dann viel schneller die ganzen Leute hier holen. Oh mein Gott. Gewicht 5, Gewicht 6. Loll. Ey, guck mal, was soll ich? Ja, ich auch. Ey, wir können alles durchkommen. Geh weiter, geh weiter. Warte mal, als ob. Ich bin jetzt bei Gewicht 9 gerade. Alter, wie stark jetzt werde. Stani? Oh, 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 oh. Ich habe es, glaube ich, gleich durchgekauft hier. Ich habe keine Münzen mehr. Ich bin jetzt fast durch. Oh mein Gott. Guck mal. Unsere Stärke ist halt echt. Leute, das sind hier die normalen Noob-Typen hier. Mit einem Schlag, Leute. Ein Schlag. Oh mein Gott. Wir sind gleich bei diesem übelsten Boss, der uns dumm angemacht hat, zu dem, wenn wir jetzt hingehen. So wie es ist. Ja, der Vater von den Noobs hier. Wir wären jetzt hier Muscle Boys Number One, Alter. Kleine Noob-Insel. Wir sind aber keine Noobs mehr. Guck mal, wie wir aussehen. Ja, wie viel Stärke hast du eigentlich mittlerweile? Zwei Schläge, ist ja weg, der Typ. Oh mein Gott, er hat 8 Stück direkt sofort hier wieder am Start. Ahaha. Ey, aber wie beide kriegen die, glaube ich, sogar? 146 habe ich. 146, weiß ich, aber auch jetzt hier. Nein, hast du gewickelt? Mist Level. Nein. Nein, 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 nein. Wie siehst du aus, Shani? Bro. Oh, guck mal, den kannst du angreifen. Bro. Hast du gesehen? Oha. Ich habe mich auch entwickelt. Ich habe jetzt so 200 Stärke, Bro. 200. Oh mein Gott. Ja, ich habe diesen Überboss gerade gekillt. Der Boss hatte gar keine Chance gegen mich. Alter, hast du ja richtig viel von dem gerade nochmal bekommen. Ja, ich warte, dass du 200 Stärke hast, dann gehen wir. Ey, wir kriegen auch hier irgendwelche Köpfe von denen. Was kriegen wir denn für Köpfe? Ja, wenn wir die killen. Oh, das Boss-Dill. Kill den, kill den, kill den. Oh, ich komme. Ich komme, ich komme. Dann habe ich es geschafft. Sheldon, bist du auch mit 200, glaube ich. Oh, er hat eine Waffe auf, was ist Shani? Oh, ich habe es geschafft. Let's go. Double Hit. 230, Bro. Wir können jetzt, glaube ich, wieder durch. Ja, ja. Lass reingekommen. Bist du bereit? Nächstes Level, Leute. Da werden noch stärker Kürze sein. Oh, aber warte, Shani. Da war doch, Freund, dieser Vater. Guck mal, da oben. Ich sage dir ganz ehrlich. Oh, das ist ja schon der Vulkan, Bro. Die sind schon fast bei ihm am Start. Oh, mein Gott. Oh, die sind ja aber echt stark. Beast Bacon. Ja. Beast Bacon. Da ist ein Riesenmonster. Shani, kommt zusammen. Ja, los. Komm, raus, raus, raus. Let's go. Let's go. Oh, nein. Du hast... Oh, mein Gott. Ich habe 300... Oh, guck mal, wie viel aussehen. 385 Stärke habe ich jetzt. Alter, das hat ja wieder so viel gebracht, ne? Das hat richtig was gebracht. Aus dem Weg. Hey, Shani, die bräuchten 1.000 Stärke, das war dann gleich. die weiterkommen. Und ich habe mich jetzt auch entwickelt. 1.000 Stärke fürs nächste Level. Ja. Das ist schon ordentlich, Leute. Da müssen wir hier auf jeden Fall die Leute mal noch... Ey, nee, 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 nee. Stil, komm mal her. Was? 650 Stärke können wir ins Himmelstal gehen. Ach so, oha. Dann geht es sogar noch einen leichteren Weg. Ja, ja. Da bin ich mal gespannt. Himmelstal. Ja, lass erst mal Himmelstal gehen, würde ich sagen. Wahrscheinlich sind da nochmal andere Gegner, weißt du? Ja, safe, safe. Wie viel Stärke hast du jetzt? Ich habe jetzt gerade 402. Du? Ich habe 450 fast. Ja, okay, nice. Aber es geht gut. Ratz-Batz hier, Leute. Ey, ich würde sagen, lasst uns mal nochmal gucken. Warte mal, ich gehe mal kurz nochmal Power-Ups. Warte, was gibt es hier noch so zu kaufen, Leute? Kaufst du jetzt gerade neue Stärke, oder was? Ja, wir hätten können auch... Naja, wir machen jetzt erstmal hier, wir holen die jetzt erstmal weg. Und gleich, Leute, wenn wir zu diesem Riesentyp kommen, holen wir uns auf jeden Fall nochmal extra Stärke, dass wir halt auch Gewinn werden gegen den, oder? Ja, ich hoffe, dass wir das auch überhaupt schaffen. Wir nehmen hier die ganze Insel, Leute. Wir machen hier wieder auf unfair. Wir machen hier wieder... Das ist doch schwer, was wir machen. Ich meine, ich bin jetzt echt... Allein, guck mal, wie wir jetzt schon aussehen. Wir haben uns so krank weiterentwickelt. Ich glaube, danach wird uns gar nicht mehr so anschreien. Er wird mindestens gleich Respekt haben. Oh, ja, hier ist auch ein dicker, Leute. Oh mein Gott. Boah, ey, ich bin auf. Oh mein Gott. Der hat... Ey, der bringt... Ich habe jetzt fast durch. Ja, ich habe 580. Ich habe 620. Wie bräuchten wir nochmal? 600 bräuchten wir, ne? Wir brauchen 650, glaube ich. Ach so, okay, okay, ja, stimmt. 650. Und dann können wir mal ins Hümmelstal. Oh, das war noch ein dicker. Hol dir den Ziel. Das war noch ein ganz dicker. Oh, ja, 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 perfekt. In der Mitte. Oh, aber dann müsste ich es, glaube ich, sogar haben. Oh, let's go. Und... Ich habe 702 gerade. Ja, perfekt. Dann lass es losgehen zum Hümmelstal, Bro. Bist du bereit, Stani? Okay, mal gucken, muss ich hier lang gehen. Oh, wir müssen hier hochspringen. Ja, ja, das ist so ein kleiner Parcours. Oha, neu. Oh mein Gott. Oha. Wir müssen nach vorne. Wir müssen nach vorne. Wir müssen nach vorne. Oha, das ist ja wie ein Fortnite hier. Ja, hier die Jump-Pads hier in den Bounce-Pads. Oha, er springt bei mir nicht. Oh mein Gott. Ich habe es geschafft. Ja. Ich bin auf dem Weg. Oha, das ist gar nicht so einfach. Das ist echt komisch. Ja, natürlich, um der Stärkste zu werden, muss man auch starke Sachen machen. Ja, easy, easy, easy. Bro, ich stehe hier vor der Tür. Ich habe es geschafft. Ja, ich bin auch auf dem Weg gerade. Auf dem Weg und... Oh mein Gott. Komm ran hier. Oh, Stani. Nein, nein, nein. Bro, das ist hier eine Militärinsel. Checkst du das? Haben die da Waffen? Ja, aber die sind keine Gegner, oder was? Doch, doch, doch. Oha, hier sind strong, äh, stronge Noobs sind sie hier auf jeden Fall. Das sind die ganz anders, oder wie? Ja, ja, das sind so Militärtypen, Bro, die haben richtig viele Punkte, ne? Okay. So, weg mit dem. Ich bin sofort da. Weg mit dem. Oha, links, rechts Kombination, Leute. Guck mal, die tanzen hier. Die machen irgendwelche Fortnite-Tänze. Was ist denn mit denen los? Fortnite-Law. Ja, ja. Ja, aber die haben gar keine Chance gegen uns. Sind die Schwachsage? Ja, ja, aber die halten schon ziemlich viel aus, muss ich sagen. Da muss ich schon ein paar Mal raufknallen hier. Wie, wie Stärke kriegst du denn durch die? Äh, oh, hab ich gar nicht gesehen, muss ich mal gucken kurz, warte mal. Oh, 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 Leute, da hinten ist so ein Riesen-Boss. Ich krieg durch die, äh, 20 Stärke, glaub ich, wenn ich mich gekriegt hab. Okay. Und hier ist so ein neuer Riesen-Boss. Okay, ich bin jetzt auch am Start. Wo bist du, Stani? Ich seh dich. Dieser Riesen-Boss geht voll durch. Leute, das ist doch, glaub ich, der Tanz da hier macht den Fortnite-Bot. Ja, hau den mal tot, Alter. Hau den mal weg, Alter. Seid ich dir ehrlich? Ey, was... Oha, mein Gott. Der will wegfliegen. Ey, sein Kopf hat sogar Muskeln, Stani. Das reicht für neue Upgrades. Wir brauchen neue Upgrades, Leute. Das war jetzt echt sehr unter wie er uns behandelt hat. So, mal gucken. Warte mal, können wir nicht noch was verkaufen? Warte mal. Wir können auch Münzen auch noch verkaufen für den... Nee, warte mal. Ey, es gibt auch Haustiere. Tauschen Sie Ihren Noobs gegen Münzen ein. Guck mal, was können wir hier machen. Na, nee, man kann sich Haustiere holen. Haustiere? Wenn du jetzt hier reingehst, dann siehst du dann neben Power-Up. Haustiere. Ach, rechts. Ey. Ich sag dir ehrlich, lass uns doch mal vielleicht ein bisschen paar Münzen holen. Vielleicht... Ey, lass uns, komm. Komm, lass uns, ich würde auch sagen, Leute, wie... Ey, macht das Lustig zu Hause nach. Das machen wir hier. Ich und Stili. Definitiv nicht. Wollen wir uns eine Million holen? Nee, wäre zu viel, ne? 500.000, lassst du 500.000 machen, oder? Ja, okay, für 750 Robux. Da bin ich doch dabei. 750 Robux, Leute. Boom. Oh mein Gott, okay. Ey, warte. Stani, was haben wir für uns zu Hause gewonnen? Ey, Bro, wir können uns auch Power-Ups holen, ne? Warte mal, ich glaube, wir jetzt erst mal hier das Gewicht durch. Explosiv. Was sind denn diese... Hä, was sind diese Power-Ups? Ich weiß es selber nicht. Ich habe jetzt alle Gewichte durchgegeben, obwohl es geht weiter. Leute, ich kaufe jetzt hier ein paar Power-Ups. Keine Ahnung. Hat die Chance den Feind. Ey, Bro, das sind so eine Special-Sachen. Warte, ey, Stani, ich kaufe mir jetzt gerade noch ein bisschen ein paar Gewichte hier. Es geht hier noch anscheinend totes weiter. Oh mein Gott. Ey, ich sage dir ehrlich, ich weiß, was ich mir jetzt hole. Ich hole mir zweimal Stärke noch. Ja, wo kriegst du das? Leute, zweimal Münzen kaufen wir uns noch. Ey, dann werden wir gleich überstark, ne? Wir werden gleich richtig stark still. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ich merke es auch gerade hier. Und ich hole mir noch ein Haustier für 35 D.O.G.'s. Lol. Ey, man kann sogar Noobs hier einfrieren für 50.000 Laseraugen. Boom. Jetzt gucke ich mal bei Haustieren, Leute. Hier ist unser Haustier. Haustier ausgestattet. Wo ist denn das Haustier? Hä? Ich kaufe jetzt auch mal ein Haustier. Verdoppelt Münzen. Lol. Oh, ich habe es ausgerüstet. Du musst doch auch. Lol, ich habe jetzt einfach hier so einen Kopf neben mich fliegen, Leute. Ey, aber wie viele Haustiere kann man mitnehmen? Ey, ich glaube zwei kannst du mitnehmen. Zwei kann ich mitnehmen. Okay, sehr gut. Bro, und ich habe jetzt hier Ausgerüstung Flaming Noobs habe ich jetzt. Alter, was ist denn das? Das musst du noch alles ausrüsten, ne? Wo, 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 wo? Hä, ich habe ja viel mehr Münzen noch, Leute. Oh mein Gott. Wir haben ja 500k. Oh mein Gott, ich hole mir noch hier. Der goldene Noob hole ich mir jetzt noch. 100.000 kostet das Dings Haustier. Ja, ich habe mir gerade nämlich auch eins von 100.000 gekauft, den goldenen Noob. Wie rüstet man den aus? Ja, musst du in dein Inventar gucken, in dein Inventar. Achso, hier, ah, okay. Ey, wir sind jetzt gerade so stark, weißt du, was jetzt passieren wird, Stili? Oh mein Gott, guck dir mal, wie der goldene Noob aussieht. Alter, ja, ich sehe es gerade, warte. Ey, wir können sie gerade noch, warte mal. Ey, Freunde, guck mal, ihr denkt, der Typ ist groß und stark. Wartet mal ab, was wir jetzt machen. Oh mein Gott. Ey, ich habe auch gerade zwei Haustiere, Leuchter, die. Ey, guck mal, wenn wir hier weiterkommen, dann gibt es hier auch so ein, hier für Superchampions, ne? Metaverse-Champions, aber da müssen wir richtig extrem groß sein. Ich würde sagen, lass uns jetzt einmal zu diesem Boss gehen da. Ey, lass uns mal wieder rechnen. Ich sage dir ganz ehrlich, ihr hätt uns gerade mit einem Schlag hier wegbekommen, ne? Ja, ja, das war echt total. Das war schon frech gewesen, Leute. Ey, man kann ja auch in Space rein mit der W2 und so. Bro, One-Hit, die waren ja eh schon One-Hit gewesen. Ja. One-Hit, Boom. Ey, wie viel Stärken wir jetzt auch machen werden, ne? Ich sage dir ganz ehrlich, mit unseren Haustieren hoffentlich würde das jetzt hier wie eine leichte Nummer. Aber ich habe auch gerade so eine Special-Attack gekauft. Bro, der hat aber einen überlebt noch. Aber wir haben jetzt diese Special-Attack, aber ich will mal diesen großen. Na, guck mal, wir gucken jetzt mal diesen großen. Aber wir werden auch immer schneller, ne? Oh, der brennt, oh, oh, ja. Ja, ja, du zündest die jetzt an. Guck mal, Leute, mit unseren... Oha! No! Oh mein Gott! Ey, wie stark wir sind. Hö, Staddy, guck mal, wie ich aussehe. Siehst du... Oh, nee, du bist auch, glaube ich, so, ne? Ja. Wie viel Stärke hast du jetzt? Ich habe 1200 Stärke jetzt schon. Ey, ich habe 1044. Aber wir kriegen jetzt gerade richtig auch viel dazu, wenn wir jetzt holen. Ja, Bro, wir können aber auch hier durchgehen direkt, ne? Nächstes Level, komm mit. Ich bin am Start. Oh, nein. Das geht zum Vokan, Bro. Das geht jetzt zum Vokan. Ey, ey, nein, 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 bitte nicht, Staddy. Ich glaube, der Typ ist da wirklich todesstinkig, ne? Da müssen wir zusammen kämpfen, auf jeden Fall. Wir sind noch mal nicht ausgewachsen. Ja, okay. Zusammen mit unseren Hausdien haben wir, glaube ich, da ein paar Chancen. Oh, das sind ja alles todesbreite Leute hier. Das sind schon... Oh, du, 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 den rechten nicht, ich gehe hier links. Oh, die halten auch echt viel aus. Ne, oh, bei mir sind die direkt down, Staddy. Ey, ich sage dir mal, Laseraugen klären die alles. Guck sie an, sie sind zwei, drei Schläge. Wie waren die Laseraugen? 75.000, glaube ich. Oh, ich habe ja nur diese Feuer-Dings. Fertig. Wow, hier hinten ist so ein neues Schiff und so. Warte, oh, hijacked. Für 5.000 Stärke, dann können wir da reinsteppen. Aber wie können wir denn jetzt so oben zum Vulkan will ich eigentlich hin? Ah, ich sage dir ehrlich, ich bin da noch nicht bereit für. Aber ich glaube, vielleicht kann man hier hochschauen, vielleicht geht es hier ein bisschen weiter. Ja, wir müssen ja erstmal den Vulkan abchecken. Oder vielleicht gibt es hier auch irgendwie wieder so ein geheimes Jump Pad hier oder so ein Bounce Pad. Ich habe auch schon 1.500 Stärke. Oh, mein. Ne, ich glaube, hier geht es hoch, oder? Oh, kann man hier hochspringen? Ne. Warte, warte, Event. Oh, ne. Ne, geht leider nicht. Ich glaube, da muss irgendwo irgendwo verdächtig. Vielleicht sind wir auch schon dran. Hier, ja, wir sind richtig. Leute, man muss hier wirklich einmal rumlaufen. Guck mal, hier geht es hoch zum Mechanismus. Ach so, lol. Ja, ja. Oh, 2.000 Stärke. Oh, mein Gott, okay, sehr gut. Ja, mir fehlt, ich habe 1.650. Und du? Ich habe 1.648. Okay, Leute, dann werden wir gleich da hochgehen. Lass noch mal ein paar Leute hier finden. Wir müssen hier ein paar Leute erstmal zeigen, wer hier ein Noob ist. Nämlich wir nicht mehr. Ey, der klaut hier meine ganzen Kids, Mann. Ja, der hat wahrscheinlich noch nicht mehr Power-Ups, ey. Ja, hat der auch nicht. Sehr gut. Das ist meiner Study. Ja, nimm du den, wir stehen hier. Sehr gut. So, boom, 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 Leute. Boah, die bringen auch Stärke. Oha, was geht denn mit dem hier ab? Ah, die haben immer so einen festen Spawnpunkt hier. Sehr gut. Mir fehlen nur noch, ich muss noch dreimal die Leute hier holen, dann könnte ich theoretisch weitergehen. Ja, ich habe jetzt 1.814, 1.866, ja, das geht gut so. Ey, bei mir kommt jetzt gerade, oh ja, jetzt sauber, nice. Ja, ich muss ja noch, ah, hier, oh, die kommen hier nacheinander. Ah, die haben keine Chance. Einen muss ich noch. Ich muss noch zwei. Wann war er um Spawn, ah, jetzt spawnt er wieder hier, sehr gut. Oh, und, Leute, zweiter, oh, ich, oh, du entwickelst dich da nicht. Wow. Hör. Ey, das war es komplett, ich sage dir ganz ehrlich. Guck mal, jetzt hilft mich da nicht, pass auf, drei, zwei und so, let's go. Boah, die Laser-Aumen sind krass, ja, die hol ich safe auch. Ey, okay. Ich sage dir ehrlich, guck mal, wie breit ist, guck mal, der Loop, guck mal, die Kleine. Oh, Edwin, er braucht ja voll lange für den hier. Der kämpft eine halbe Stunde gegen den, wir gehen schon mal weiter. Sehr gut, sehr gut, Leute. Ich bin gespannt, wie viel der Typ da oben jetzt hat. Stani, es ist, oh, pass auf, Lara. Weg mit dem, oh. Ah, kein Problem hier, Laser. Gibt es doch was stärkeres als Laser, ich glaube, ja, ne? Ach doch, es gab was für, ich glaube, eine halbe Million, aber ich weiß gar nicht. Oh, halbe Million ist echt teuer, Alter. Hol du dir den? Ja, guck mal, die denken hier, die können tanzen oder was, wenn wie hier kommt? Die denken sich so, ah, die lachen uns, glaube ich, aus. Die wissen gar nicht, mit wem sie es gerade hier zu tun haben. Der große Boss denkt hier auf einmal, er macht Welle, aber nicht mit uns. Nicht mit mir und Steely. Ja, Leute, wir sind hier die Muskelbrüder hier. Oh mein Gott, Sti, da geht es rein. Da geht es rein zum Boss. Er stand genau hier. Er stand genau hier. Hier hat er auf uns geredet, Leute. Er hat uns runtergemacht und hat gesagt, wir sind über Noobs. Steely, bist du bereit, reinzugehen? Oh, Stani. Let's. Okay, komm, mach mal. Okay, Steely, bis gleich. Oha. Oh, jetzt geht es los. Was ist das? Das war der kleine Bruder, den wir vermöbelt haben. Und er hat das seinen Vater gepetzt. Was ein 31er. Ey. Oha. Nein, das ist, wir müssen erst mal gegen den kämpfen. Oh, okay, das ist gerade so sein. Er hat seine Waffe geholt. Er hat die Waffe von seinem Vater geklaut. Oha, der hat richtig viel Leben, Bro. Da musst du gut ausweichen. Oha, oha, oha. Wo bist du, Stani? Schreibst du ihn gerade an? Achso, ich bin, achso, wie macht das er alleine hier? Nein. Oha, oha, der schießt auf mich. Bro, 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 er ist stark, er ist stark. Oh, ich habe ihn geschafft, ich habe ihn geschafft. Sauber, 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 er schießt auf mich. Er muss sich im Kreis drehen. Aber jetzt kommt, glaube ich, der Big Baba Boo Boss, ne? Oh mein Gott, er bleibt damit auch, ey, das ist so komisch, wie er sich da fällt. Oh, Bro, der Big Baba Boo Boss, der ist richtig sauer jetzt. Oh mein Gott. Leute, das ist nicht gut. Er hat mich geholt. Wo ist der Typ? Nein. Die Reise geht weiter auf den Sky Trail, sie können es finden, indem sie, okay, die Reise geht weiter, wir müssen zum Sky Trail und müssen dann gegen den Big Baba Boo Boss kämpfen, ne? Oh mein Gott. Aber da braucht... Ey, das ist echt krank. Ey, wir müssen eigentlich nochmal zurück ein paar Upgrades holen. Ja, okay, so, wir sind jetzt hier wieder auf der Maininsel, Leute. Ey, guck mal, hä, guck mal, wie klein wir noch sind, Leute, wie groß der Typ noch ist, ey, wie unfair. Okay, lass mal gucken, was es hier noch so gibt. So, ey, ich kaufe mir gerade so viel Stärke, guck dir jetzt auf jeden Fall jetzt auf deine Laser-Augen. Ich kaufe mir jetzt so die Laser-Augen. Ach, hier hätte ich mit... Ah, Leute. Ah, ich habe mir jetzt hier Spike-Angriff geholt. Spike-Angriff? Spike-Angriff. Ist das besser als Laser-Augen, oder was? Keine Ahnung, Bro. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Ey, das gibt neue Upgrades, ne? Ja, ich bin jetzt gerade... Ey, was hast du gerade für ein Gewicht? Ich habe jetzt Gewicht 39. Okay, ich bin gerade bei 52, Dani. Oh mein Gott. Ah, ich glaube... Bei 54. Ey, wo geht es denn hier? Ich glaube, hier geht es zum Boss, ne? 30.000 Stärke? Oh, das ist schon heftig. Was? Ich bin gerade bei 2.300. Aber wir sind ultra stark jetzt. Ey, da hinten gibt es sogar was. 100.000. Guck dir mal den Boss an. Guck mal, das ist so eine Pirateninsel. Wo genau? Hier beim... Komm mal, wo es schon weitergeht. Wow, wo geht es denn hier bitte hin, Leute? 100.000 Stärke. Ey, aber auch hier was für 40.000. Warte mal, was ist denn das denn bitte für ein Arie? Ja, das ist übelst krass, hier wieder upgradet. Ey. Lass erst mal diesen Sky Valley zu diesem anderen Oberboss gehen, der uns die ganze Zeit beleidigt, würde ich sagen. Okay, okay. Ich renne jetzt wieder zurück. So, Leute, den Vulkan haben wir jetzt ja hier schon durch. Da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr hin. Wir müssen jetzt hier zum Himmeltal und dann zu diesen Sky-Dings da gehen. Oh mein Gott. Boom. Sehr gut. Vielleicht hier wieder da rumhüpfst mit deinem... mit deinem Hustgain. Boom. Ja, das ist ja easy Jump'n'Run. Wenn man Fortnite-Desk-Runs kann, kann man das hier auch. Easy. Ich mach alles für das Try, Bro. Easy, 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 easy. Gar kein Problem für uns. Okay, jetzt... Ja, hier geht es weiter. 3500 brauchen wir da. Müssen wir erst mal die hier weghauen. Warte mal, ich muss das neue Power-Up erst mal ausrüsten, Leute. Hast du es noch nicht? Nein, nein. Ach, die muss man ausrüsten? Ja, ja, für 100.000, aber das hast du anscheinend schon aus. Wow. Achso, ja, klar. Bro. Bei mir kommen jetzt so eine Spikes. Ich one-hitte die jetzt. Guck mal hier, Leute. Ach, du hast die für 100.000 gekauft? Ja, ja, das für 100.000. Oh mein Gott, okay, okay. Bei mir kommen einfach so Spikes aus dem Boden. Ey, dieser ekelige Boss hier, Leute. Oh mein Gott, ich mach diesen Boss Double-Hit hier. Der uns freut. Nein, ich seh's gerade, ich seh's gerade. Alter, was geht mit ihm da hinten ab? Ey, ich muss mich auch mal rechnen. Nein, ich muss mich mal rechnen jetzt, Shani. Warte, pass auf. Dieser 31er hat mich da voll mit einem Schlag geholt. Guck mal, ob du das schaffst. Ich bin gespannt. Guck kurz, guck kurz. Oh, haupt mit einem 1.000-Hit, lol. Die haben gar keine Chance mehr. Ey, was hast denn du bitte für eine Splash-Fähigkeit? Bro, diese Splash-Fähigkeit ist zu heftig. Ey, damit hast du, glaube ich, so einen Triple-Hit gefühlt. Guck mal, ich war jetzt hier ein, weil ich kann hier alles kaputt machen. Aber die sind ja echt ein bisschen zu schwach, sage ich dir, ganz ehrlich. Ja, wir müssen gleich auch weiter, Leute. Wir kommen auch gleich weiter. Gibt es da was? Oh, 3.500, stimmt. Wie viel hast du gerade? Ey, aber wann erreichen wir das nächste Level? Ich glaube, eigentlich 5.000, ne? Das könnte echt sein, bei so einer. Bei 5.000 wären wir noch größer. So, ich kann weiter. Wollen wir weitergehen? Ja, ich könnte auch weiter. Let's go. Okay, weitergehen, Leute. Abwart hier 3.000. Oh, nee, warte, hier war das. Aber ja, Stani. Ja, da müssen wir aufpassen. Soll jetzt der Boss sein, ne? Dieser eine Typ. Sagst du? Ja, der soll jetzt kommen. Oh, nein, 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 nein. Aber hier ist zweit und breit gar kein einziger Noob zu sehen. Ich warte mal auf dich, wir. Das ist echt komisch. Vielleicht ist das eine Falle oder so. Hümmeltrail. Oh, da hinten ist auf jeden Fall so ein... Bro, was? Hier vorne ist gerade einer gespawnt. Übelster großer... Wir müssen weitergehen. Warte, warte, der spawnt echt hier. Warte, ich muss den auch mal kurz holen. Ja, hier sind richtig viele, Stili. Ja, ich habe den direkt geholt. Gar kein Problem. Das sind, glaube ich, seine Handlanger. Deine Handlanger. Bro, ich habe mich auch... Wir beide zeitgleich. Ich habe es gerade gesehen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wie krank sehen wir bitte aus. Ey, ich sage dir ganz ehrlich. Sieht ja auch Luftballon-mäßig gerade hier aus. Ey, wir sind jetzt so groß wie die. Wir haben auch übelst gut Punkte. Guck mal, der eine rastet richtig aus, Leute. Die hauen hier richtig um sich, Leute. Da müssen wir aufpassen. Oh, das nächste war irgendwie 7000. 7000. Und dann kommen wir in Lava Land. Oh, mein Gott. Ey, der eine, guck mal, der ist sogar grau hier. Pass auf, pass auf. Der haut dich weg, der haut dich weg. Safe. Oh, nein. Nein, Schau, die, let's go. Was? What? Oh, mein Gott. Wie viel hat der dir gebracht? Ich weiß es gar nicht, weil ich zu stark war, glaube ich. Oh, mein Gott. Ey. Wie groß du geworden bist. Ey, ich habe jetzt 6500 Stärke. Was? Ja, der hat mir richtig viel gebracht. Wow. Einfach wie so ein Stem hier. Das ist krass. Sehr gut. Wir sind auf jeden Fall ein Level weiter wie wir, Leute. Aber gut, okay, wir werden unser Bestes machen hier. Ich werde jetzt auch ausschalten. Vielleicht spawnt der nochmal. Und dann werde ich hier eine vor den Zopf hauen. Aber du brauchst ja eh 7500. Also du brauchst ja auch noch ein bisschen. Ja, ich brauche jetzt noch 300. Ey, aber die haben ja gar keine Chancen vor uns. Ey, schau dir, guck mal diesen Kleinen hier an. Wie klein der ist? Ey, wie hat der das überhaupt hier reingeschafft? Der hat doch gar keine Eintrittskarte oder sowas. Wir haben gar keine Muskeln, der Typ. Freik mich auf, wie der hier drin ist. Sehr gut. Den hier auch noch weghauen. Links, rechts. Ey, Stier, geh nach vorne. Ja, ich warte hier noch ein bisschen. Ich such mal gerade... Ey, guck mal dieses Baby hier an, Leute. Das macht denn der Job? Der ist, glaube ich, ganz falsch in die Abteilung hier reingegangen. Wow, wow. Ich habe mich auch weiterentwickelt. Ich sehe es gerade, ich sehe es. Oh, Leute, wie groß wir jetzt sind. Oh mein Gott, wir sind wieder im Partnerlook unterwegs. 7000. Ey, ich könnte theoretisch sogar jetzt hingehen, ne? Aber ich warte noch auf dich. Ja, warte. Ich habe zufällig Gradstärke bekommen. Oh mein Gott. Wir fehlen 7500. Mir fehlt noch ein bisschen was. Warte, Leute. Okay, 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 okay. Ähm, bumm. Upsi, Steely. Ich kann jetzt auch rein. Ah. Ich habe gekauft ein bisschen was. Wir müssen aber, Leute, nicht nachmachen, die Roma. Ey, warte, Shani. Pass auf, nicht, dass wir jetzt nicht sterben und das eine Falle ist, oder? Ja, ich glaube nicht. Einfach rein da. Oh. What? Was ist denn das für eine Zentrale hier? Oh, wo musst du... Oh, Shani. Ja, ja, hier wird safe der Boss irgendwo sein. Ja, hier ist unten. Das ist ihn? Na, aber, glaube ich. Wo müssen wir hier lang überhaupt? Ich weiß es nicht. Guck mal, der rastet auf. Aber wir sind, glaube ich... Boah, ich will da nicht reinspringen. Ich auch nicht. Alter, müssen wir nach unten gehen. Sollen wir nach unten gehen? Ja, lass mal nach unten gehen. Oh, das sind hier so Rampen. Es geht hier richtig nach unten, Shani. Fliege ich hier runter jetzt, wenn ich da durchgehe? Hä? Ey, bist du hier? Wo bist du, Shani? Das ist irgend so ein Büro oder so von denen, glaube ich. Das ist so ein Labyrinth. Ja, ich glaube, hier haben die ihre Pläne hier. Ihre schlussenden Pläne. Hier werden die produziert oder irgendwas. Ja, guck mal hier. Die ganzen Noobs, die werden durch so eine Röhre hier weitergeleitet. Ja, wo müssen wir jetzt... Oh, das ist ein... Starker. Bapp, bapp. Oha, 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 oha. Bro. Noo, was? Nein. Oh, mein... Du bist direkt... Ey, Shani, du leuchtest gerade gefühlt. Bro, wie groß ich bin. Wie viel hast du gerade bekommen? Wie viel Stärke hast du jetzt? Ich habe jetzt 10.000 Stärke, Leute. Oh, mein Gott. Der hat ja richtig viel gebraucht. Ey, ich will auch einmal den Typen sehen. Da, 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 da. Der ist wieder da, Stiel. Der ist wieder da. Ja, ich komme, ich komme. Hau ihn weg, hau ihn weg. Obwohl er so klein ist, Leute. Aber jetzt haben wir ihn und let's go. Oh, mein Gott. Nein. Ich habe einfach 4.000 Stärke von ihm bekommen. Ja, der Typ ist anders Level. Er ist irgend so ein Vorarbeiter hier. Doch, er ist wieder hier, Shani. Jetzt kannst du die wieder gehen. Komm, komm, komm. Ja, okay. Ehre, Leute. Ey, dann haben wir vielleicht 30.000 Stärke... Der hat mich hochgejagt, Bro. Nein, hat er nicht... Nein. Der hat mich gekehlt. Nein, was? Ich habe mich wieder... Wir sind immer noch zu schwach. Ich muss mehr Damage tauchen. Ey, Leute. Stiel, komm her. Wenn du bereit bist, komm her. Jetzt reicht es mir, jetzt reicht es mir richtig. Jetzt reicht es mir wirklich richtig, Leute. Wie komme ich zu dir her? Wie mache ich das? Ich kaufe mir 25.000 Stärke. Bumm. Was? 25.000 Stärke. Ich bin riesengroß. Oh, mein Gott. Und jetzt kaufe ich mir einmal noch eine Million Münzen. Auf Wiedersehen. Das war es, glaube ich, komplett, oder? Ich habe jetzt 40.000 Stärke. Eine Million Münzen. Werde mir davon, Leute, das teuerste Haustier kaufen. Oh, mein Gott. Ich kann nicht übertreiben, während ich hier gerade trainieren bin. Werde mir das teuerste Upgrade kaufen. Und werde mir noch alle Upgrades, Max-Upgrade kaufen. Werde mir hier... Oh, mein Gott. Okay, das hört sich ja gar nicht gesund an, dass du da machst. Also, ich habe keine Dings mehr, Leute. Das ist zu krank. Ich habe jetzt... Also, jetzt ist es wirklich vorbei. Oh, mein Gott. Jetzt reicht es mir, Leute. Wie viel Stärke hast du jetzt gerade? Ich habe jetzt 40.000 Stärke. Oh, mein Gott. Der kannst ja theoretisch gleich gegen diesen Typ da kämpfen, ne? Bro. Bist du bereit für den? Ich bin bereit für den. Ich werde jetzt reingehen. Okay, geh rein, Stani. Geh rein. Ich verlasse mich auf dich. Oh, mein Gott, Leute. Da ist das Portal. Der Big Baba Bubu Boss. Wow. Oh, mein Gott. Nein. Okay, ich glaube nicht. Schauen wir uns nicht. Wir schauen uns nicht. Der isst mich zu... Nice. Wow, der rastet voll aus, Stili. Ist er größer als du? Bro, er ist größer wie ich. Nein. Ja, ja. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Der hat 10.000 Leben. Alter. 10.000? Oh, wow, wow. Oh, ja. Wir haben jetzt auch mal wieder so ein... Nein. Oh, warte. Ich habe... Oh, mein Gott. Ich bin wieder... Ich bin down. Ich bin auch down. Bro, warte mal. Komm mal, Stani. Ich bin neben dir, Leute. Hat er dich geholt? Ja. Was? Du bist doch so OP. Du hast doch so viel Stärke und so geholt. Ey, warte mal, Leute. Wir holen uns doch ein paar Müsse. Alter. Krieg ich, schau dir mal. Stani. Krieg ich da mehr Leben, Alter? Oh, mein Gott. Das kann nicht sein, Leute. Ich gehe da noch mal rein. Das gibt es nicht. So, jetzt, Leute. Wir müssen aufpassen, dass er sonst nicht... Okay, jetzt rastet er aus. Warte mal. Oha, okay. Wir müssen das ausweichen. Dann angreifen. Oha. Ey, wir sind schon wieder weg. Wir sind schon wieder weg. Er hat mich gleich schon wieder, Leute. Oha. Okay, warte mal. Ein bisschen schade, ich gemacht. Er kommt, er kommt, er kommt. Bro, das reicht. Hat er dich wieder geholt. Er hat mich wieder geholt. Leute. Oh, mein Gott. Ich würde sagen, Stihl, wenn die Leute hier wirklich sehen wollen, wie wir den Ultra-Boss holen. 30.000 Likes. 30.000 Likes, Leute. 30.000 Likes, Leute. Dann gebe ich dir so viel Geld aus, bis du diesen Ober-Boss holst. Oh, mein Gott. Ey, ich sage dir ganz ehrlich, ob wir so breit geworden sind. Leute. Das war's gewesen. Check Steely-Blogs ab. Unten in der Beschreibung. Das war's gewesen, Leute. Tschö mit Ö.